Ich habe diesen süßen Schmetterlingsclip auf TikTok gesehen und musste ihn einfach haben. Deswegen habe ich mir einen bestellt und hier ist er. Der kommt einmal in so einer Verpackung und schaut euch an, wie hübsch er einfach ist. In der Sonne funkelt er auch richtig schön. Die Anbringung war auch super einfach und ihr seid einfach ein richtiger Hingucker damit. Vor allem zu dem Sommer passt er einfach perfekt und ich bin einfach so krass in love.